Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Schön, dass du eingeschaltet hast zur heutigen Ausflugsreihe. Wir gehen nämlich ein bisschen spazieren auf dem Nordmeer. Das heißt, wir nehmen das Boot und allenfalls gehen wir auf dem Boot ein bisschen spazieren. Unsere Reiseroute beträgt heute in etwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Planquadrate, denn 80 Meter ist unser Ziel für heute. Und auf 80 Metern ist am Ende des Tages egal, wo wir rumdümpeln, weil lässt sich ja sowieso nicht so gut regeln. Wer hat schon Lust, ständig auf einer und derselben Stelle zu stehen und da immer wieder sein Boot hinzulenken, wenn er mal ein bisschen abtreibt? Ich persönlich nicht. Deswegen gibt es große, grobe Bereiche, die ich abstecke mit euch. Und da sind 80 Meter heute unser Ziel. Auf den 80 Metern präsentieren wir eine Kombination, die ich zum Teil schon als gut befunden habe, aber zum Teil halt auch noch gar nicht so massiv getestet habe. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar für gut befunden waren Oceanic Tackles Pilker Nummer 1 vor nicht allzu langer Zeit bei uns. Da hatte ich ja einen kleinen Test durchgeführt. Schaut er euch gerne mal an. Ist auf jeden Fall auch in einem der letzten Videos hinterlegt. Das große Setup nehme ich mit, weil es ist halt ein großer Pilker, den ich da zugrunde lege. Plus weiterhin große Haken. Hier in dem Sinne 8-0 beim Pilker. Hier im Original glaube ich sogar. Oder wenn, dann ist es halt zumindest ein OFS Travel mit 8-0. Bei Haken ist auch 8-0. Blaue Elemente. Großes Köhlerfilet. Und hier dann eben auch nochmal 6-0-Haken mit, kleine Überraschung, Super Minos. Super Minos sind gleichermaßen unbekannt und doch erstaunlich. Denn ehrlich gesagt, ich nehme sie nicht oft. Und ich weiß, dass viele andere sie wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm haben. Aber ich habe hin und wieder schon mal mitbekommen, dass auf sowas hier zum Beispiel auch der Heringshai ganz gerne eingestiegen ist. Vielleicht, weil das Ding selber so ein bisschen wie ein Hai aussieht. Aber es hat auf jeden Fall nicht unbedingt nur diesen Hintergrund, sondern einfach mal wieder. Ich habe es gesichtet. Ich fand es interessant. Ich dachte mir, nimmst du es dir mal mit. Plus in Kombination dazu die Cobra SW Original Haken, die ich noch nicht allzu häufig getestet habe. Heute dann eben entsprechend mal im Einsatz. Das in Kombination haben wir hier mit Grau-Weiß, mit Rot, ist das Grün? Rot, das sieht mehr so in Sandfarben aus, eher so ein Gelbton. Und hier unten dann nochmal eine Gelb-Grün-Note. Tatsächlich habe ich diese Grün-Note, wenn es denn wirklich eine ist, vorher gar nicht gesehen. Und trotzdem passend ein Gelb-Grünes Setup aus Perlen gewählt. Manchmal klappt es halt, ne? So, das ist unser Ausflug-Setup für heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Erkunden. Hier wird es schon wieder dunkel, aber ich kann euch verraten, der Tag ist auf jeden Fall im Anbrechen für unser Test-Video. Viel Spaß dabei. Dann hoffe ich mal, dass besonders große auf die 6.0er Haken einsteigen. Bis 6.0 gehen die. Also ich nehme das Maximum raus. Das sieht einfach aus wie ein Haifisch hier mit blutverschmiertem Maul. So, Leute. Stürzen wir uns rein, würde ich sagen. Ich sehe da einiges im Mittelwasser schwimmen. Das könnte uns möglicherweise einige Superminos kosten, wenn da häufiger jetzt der Köhler rangeht. Wir gucken erst mal. Ich lasse das Ding einfach mal absinken und wir schauen, wie sich das hier so an dem Spot verhält. Ich habe schon die Info bekommen, dass Köhler gerne mal da drauf einsteigt. Ist natürlich der absolute Traumfisch für mich an der 80 Meter. Gar keine Frage. Aber wir gucken einfach mal. Ich bin erst mal guter Dinge. Oh, ein Seewolf mit 4 Kilo. Einstieg auf Supermino. Sehr gut. Das geht in die richtige Richtung. Das geht in die richtige Richtung. Fängt gut an auf jeden Fall. So. Das heißt, die Köhler-Hypothese steht zwar im Raum, aber wir haben zumindest jetzt auch ein Gegenbeweis darauf, dass der Seewolf das sehr gerne annimmt. Ha! Cool. Wie der Seewolf, so der Lump. Herrschaften. Auf Pilka. Also nichts mit dem Supermino zu tun. Das hört sich auch so ein bisschen wie Superhelde an hier. Superminos retten den Tag. Gefleckter Seewolf steht auch drauf. Sehr gut. Ja, das ist eine schöne bunte Sammlung auf jeden Fall an Sachen, die da drauf gehen. Und der ist auch auf den Supermino gegangen, Leute. Das möchte ich kurz nochmal klar hervorstellen. Das ist super. Wortwörtlich. So, was gibt es hier? Da gibt es... Oh, Köhler. Das Angedrohte ist an die Angel gegangen. Tatsächlich gleich mal als Kescher-PB, was das reine Gewicht angeht. Sogar über den Seewolf. Na gut. Dann ist das so. Solange wir auf dem Spot bleiben, ist alles in Ordnung. Oh ja. Sehr schön. Sehr schön. Oh, guck mal. Da macht einer Druck. Jawohl. Dürfen wir direkt zumachen. Na. Fünf Meter. Und fühlt sich an wie Kabeljau. Könnte daran liegen, dass es einer ist. Oder? Ja. Und nicht mal besonders. Wobei er doch über sieben Kilo hat er. At least. Ey. Nicht unter das Boot schwimmen, du Vogel. Komm her. Mein Gott. 13 Kilo und macht so ein Terz. Der hat auch auf Supermino gebissen, Leute. Also die fangen doch weit mehr als man glaubt, ne? Nicht nur Köhler. Ne. Oh. Sinkphasenbiss. Sinkphasenbiss mit Widerstand. Oh. Es könnte sein, es könnte sein, dass das ein Biss auf unseren Pilker ist. Fällt mir allerdings gerade schwer einzusortieren, was das wieder sein soll. Vielleicht ist es ja doch wieder nur ein Kabeljau. Dann aber unter sieben Kilo. Nö. Einfach ein Schellfisch mit 6,7. Auch gut. Auch gut. Das sieht alles relativ bullig aus, was hier anbeißt, ne? So von der ersten Optik. Nichts filigranes, kleines. Nein, alles relativ stattlich. Zip. Aha. Kleine Rotbarsch auf 80 Meter. Der erste jetzt hier. Der ist im Verhältnis nicht mehr ganz so bullig wie die anderen. Aber eine gute Größe dafür. Ist auch die Zeit. Wir haben jetzt 18 Minuten und 9 Fische. Also einer alle 2 Minuten. Das ist von der Frequenz her okay, würde ich sagen. Von den Fischen selber kann man noch ausbauen. Guten Tag, Herr Steinkühler. Der erste in dem Fall. Jo. Sorgt auch hier weiterhin für das Verhältnis. Ein Fisch alle 2 Minuten. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen unsicher, was dieses Ergebnis bisher angeht. So ganz, so ganz fühle ich diesen Spot noch nicht. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben hier super Minnows am Start. Die nutzen wir nicht so häufig. Und trotzdem fangen sie ab und zu was. Hier zum Beispiel. Bis in der Sinkphase auf 40 Meter. Schwerer bis. Schwerer, sehr schwerer Biss. Oh super. Das ist spannend. Das ist super spannend. Das wird auf den Pilger gegangen sein, nehme ich an. Oh Herrschaften. Fokus jetzt. Das könnte was besseres werden. Ich überlege nur gerade, was es sein soll. Vorsichtig getippt, Kabeljau. Optimistisch getippt. Ich weiß nicht was. Ehringshai vielleicht. Riesenhai. Wobei ein Riesenhai ist vielleicht ein bisschen wenig Druck. Ach, ich weiß es nicht, Leute. Wir kurbeln es nach oben. 25 Meter noch. Sollten wir es schaffen. Bis im Mittelwasser. Ja, es war leider genau der Fisch, den ich befürchtet hatte. Kabeljau. Na gut. Aber sieht nicht so schlecht aus. 19 Kilo nehmen wir. Schade, schade, schade. Wirklich. Ich hatte gedacht, dass wir da was anderes haben. Mein Kescher soll sich ja normalerweise immer so ein bisschen auf speziellen Sonderfischen stabilisieren. Und die habe ich momentan noch nicht so ganz. Gut, ich meine, wir haben zwei schöne stattliche Kabeljau, aber die bringen nur ein Bruchteil leider ein. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Maintainer-Fisch sozusagen, der unseren Kescher wertvoll genug macht. Dass der hier auch am Ende die Session gut stützen kann. Da es offensichtlich mit nicht hinreichend wertvollen Fischen insgesamt zu Buche schlägt. Das heißt, wir brauchen die B-Option, diesen Special One irgendwo dazwischen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oh! Was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir einfach mal 5 Kilo Konga an der Angel dran. Na, guck mal an. Der will mal noch groß werden hier. Haha, schön. Ja, ist ja süß. Ich dachte gerade auch, was kommt denn da für ein Schnürsenkel hoch hier? Im ersten Moment, bin ich ehrlich, habe ich gedacht, ich hätte ein Blaulängen dran. Warum auch immer auf 80 Metern, aber es sah so aus. Sehr schön. Ab in den Setzkescher. Der hat genommen den Super Minnow 6 CLRC. Jetzt muss ich aber nochmal genauer nachgucken. 6 CLRC. Den hier. Da drauf beißt also Konga, ja? Interessant. Mit einem 6-0-Haken, wohlgemerkt. Faszinierend. Faszinierend. Sehr schön. Das Super Minnow doch so viel abwirft, hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, es kommen noch ein paar schöne Sachen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Da, guck mal. 2,8 Kilo Gefleck da. Das geht doch in die richtige Richtung. Position hält sich. Darin, dass wir momentan nicht so viel Probleme haben, hier auf dem Spot hin und her geschoben zu werden, weil der Wind noch relativ... Wobei, 8 Meter die Sekunde ist schon noch ein bisschen was. Ne, da muss ich nochmal zurückrudern. Das ist doch schon etwas windiger. Aber es hält uns gut. Es hält uns gut am Spot. Oh, ein blauer Wittling. Wie kommt der denn in meine Angel? Mit 371 Gramm. Ist ein schönes Pendant hier zum orangefarbenen kleinen Rotbarge auf jeden Fall. Auf was hat der gebissen? Auf CLRF. CLRF. Er hat hier den Blutrünstigen genommen. Blutrünstig deswegen, weil er Blut vom Maul hat. Aber nicht so blutrünstig wie der kleine blaue Wittling. Der war wesentlich schlimmer. So, guck mal hier. Seewolf mit 4,7. Das ist die richtige Herangehensweise. Da kommen wir vorwärts. Das ist jetzt der dritte. Und wir haben eine konstante Steigerung hier. Fast immer um das Doppelte. Also, als nächstes so 8, 9 Kilo, wenn es geht. Das lohnt dann auch im Verkauf schon mal ein bisschen. Restzeit sind 14 Minuten für eine volle Stunde. Ich denke, das sollte mit dem Setup erstmal dann genügen. Der erste Tiefenrotbarsch. Auch nicht schlecht. Ist ein bisschen klein, aber hat einen Haken. So weit, so gut, würde ich sagen. Ui, 800 Gramm Wittling. Schön. Der erste im Moment. Noch 7 Minuten. Und wir sehen einfach die Vielfalt an dem Spot. Also 80 Meter. Mit vielen verschiedenen Ködern durchaus wieder mal sehr bunt aufgefächert. Sehr schön. Achso, der Köder. Hilka. Ein Wittling lässt sich nicht von sowas Banale wie einem Superminnow ins Boxhorn jagen. Der nimmt sich direkt das Größte. Da hängt ja auch das große Filet vom Köder dran. Ist ja klar, dass da der Wittling wieder drauf gehen muss. Dieser Suchtling. Ui, Kalmar. Das ist ja erstaunlich. Auf Superminnow. Jetzt wird es langsam abgedreht hier. Jetzt wird es langsam echt abgespaced auf 80 Metern. Ich habe ja so manches erwartet schon, aber das ehrlich gesagt nicht. Okay. Ist schon wieder Abschiedszeit, ja. Naja, zwei Minuten noch. Also Abschiedslump ist wieder zu früh in letzter Zeit. Da geht mindestens noch einer rein. Ja, okay. Ein Lump reicht nicht. Zur Sicherheit schickt er noch einen zweiten nach. Was soll ich auch anderes erwarten? Es ist ein Abschiedszeitraum. Es ist ein Abschiedslump. Und wenn es nicht der erste ist, dann ist es der zweite. Aber mit einer sehr schönen Auswahl verschiedenster Fische auf diese Köder. Ja. Der Lump hat auch mal den Superminnow genommen. Aber eben auch den Pilker, ne. Die mögen sie auch. Sehr schön. Ein sehr schönes Raster. Gefällt mir außerordentlich gut, was wir hier so zusammengekratzt haben. Mal gucken, was auf die Stunde da in dem Fall rauskam. Wir reisen mal zurück in den Hafen. So, ihr Lieben. Stürzen wir mal ganz vorsichtig mit unseren 26 Fischen rüber zum Verkauf. Ich meine, auf der anderen Seite, wir müssen fairerweise dazu sagen, so viele Fische haben wir nicht. Dass da was im Café ist, was passen könnte, halte ich erstmal für schwierig. Wir gucken uns stattdessen erstmal hier von Kippenkala an. Die Trophy Heilwurt ist auch ein geiler Name, ey. Das ist sehr stark. Ja, aber die Trophy Heilwurt hängt hier oft im Hafen, ne. Das stellt man schon fest. Kaffee sagt, wir haben tatsächlich Seewolf und wir haben ihn auch passend mit 84. Ich denke, das werden wir nicht toppen. So, was haben wir noch? Ich glaube, das war's. Einen Schellfisch könnten wir anbieten. Den Steinköhler haben wir nicht. Nö, das war's erstmal. Das heißt, hier nehmen wir dann also schon mal 84 Silber mit aus dem Kaffeeauftrag. Das ist schön. Jetzt gucken wir mal. So, Preise. Die Lage der Preise. Erstaunlicher Preis für den Konga mit 5,50 Kilo Silber ist trotz der kleinen Größe sehr satt. Genauso hier 53 Silber für den gefleckten Seewolf. Also der Seewolf steckt in dem Fall im Größenverhältnis selbst den Konga locker in die Tasche. Sehr beachtlich. Aber gut, die nehmen ihm auch ganz unterschiedliche Größenpotenziale am Ende ein. Trotzdem mal Interessantes hier zu sehen. Dann haben wir Kabeljau zweimal. Hier liegen wir 6 Kilo dazwischen und das macht einen Unterschied von 16 Silber. Durchaus schon mal ein bisschen was. Auf jeden Fall schön sie zu haben. Hier mit 2 Kilo der Seewolf. 32 Silber. Auch noch über dem Wittling mit 800 Gramm. Schellfisch. Ja, mühevolle 6 Kilo geangelt und trotzdem leider nur 27 Silber. Das ist also relativ überschaubar heute. 466 ein schemenhaft umrissenes Schnitt-Ergebnis würde ich sagen. Hinzu kommen allerdings ja noch die 84 aus dem Kaffee-Auftrag. Dadurch liegen wir dann wieder im 500er Bereich. 550 müssten es sein. Also sagen wir mal, es ist auf jeden Fall okay. Es ist nicht weltbewegend, aber es ist okay dafür, dass ich nicht unbedingt davon ausgegangen bin, dass ich ein Köhler-armes Raster hinkriege mit den ganzen Super-Minnows. Die haben also durchaus heute überrascht und das positiv. Musik Musik